hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja hier heute nochmal ein feuerlöscher ja nachdem wir uns schon halon 2401 und halon im 1211 angeguckt haben halon feuerlöscher jetzt nochmal die letzte art sage ich mal von halogen kohlenwasserstoff feuerlöschern im halon 1301 dieser feuerlöscher hier wollte ja wollte ich euch einfach mal alle arten sage ich mal von halon löschern zeigen und das ist jetzt der letzte ja dieser feuerlöscher stammt aus den usa ist ebenfalls seltener anzutreffen solche geräte in deutschland mit halon 1301 wurde hauptsächlich in stationären feuerlösch anlagen eingesetzt eher nicht in handfeuerlöschern in deutschland war in den usa tatsächlich auch eher selten ja dieses gerät ist auch schon äußerst alt wir können uns mal angucken es ist noch original befüllt nicht verwendet ja wir können hier schon sehen eine plombe ist nicht vorhanden scheinbar auch nicht vorgesehen aber hier ist der pin eingesteckt man merkt auch am gewicht eindeutig dass das gerät vollständig gefüllt ist hier können wir den pin sehen ich weiß nicht warum da keine plombe dran ist in dem pin ist auch kein loch irgendwie um da eine anzubringen ja kann ich nicht verstehen weil so kann das ganze aus versehen rausrutschen und man kann auch nicht überprüfen ob das ganze mal verwendet wurde ja wie aber auch immer das ganze so ist ja dieser feuerlöscher stammt vermute ich mal von der us-armee die in deutschland ja stationiert war von irgendeinem stützpunkt da denke ich mal dass der von dort aus stammt nur meine vermutung dass der daher kommt ja so sieht das ganze aus hersteller hier im metalcraft ja das ist der hersteller dieser feuerlöscher die haben wohl einige feuerlöscher mit halon 1301 produziert und halt auch für die us-armee die damit beliefert ja wir können hier noch mal hier haben wir so eine art im co2 feuerlöscher würde man das ganze schneebrause nennen ja hier hier kommt das löschmittel raus das ganze ist frei beweglich so kann man das ganze dann sage ich mal versprühen klar spinzeln draufdrücken auf das feuer ausrichten unten auf die flammen und dann sprühen dürfte klar sein wie man das ganze verwenden würde ja verwenden würde warum man das ganze nicht darf sage ich nachher noch mal so dann hier eine kurze anleitung zur verwendung im pull pin pull ring pin steht hier drauf ja und dann ja halt die gesamte anleitung wie man das ganze hier verwenden soll dann steht hier noch mal drauf mit was das ganze hier gefüllt ist wieder nur die chemische formel nicht diese halon nummer 1301 aber wir können hier ja sehen dass wir hier m2 m dass wir hier wo hatten wir es m hier können wir mcf3 br das ist dieses halon 1301 steht hier ja drauf dann steht hier noch darauf wie viel da drin ist drei viertel fund lb heißt fund ja die haben ja nicht das metrische system in den usa deswegen fund dann steht hier noch was drauf zum gewicht wie voll das ganze sein darf das steht hier und er hat auch das volle gewicht das heißt er wurde nie benutzt vollständig ist ja gefüllt steht darauf dass der gefüllte zylinder m m 6 pund und uns kann ich jetzt nicht lesen 6 pund und ein paar unzen wiegt also hier steht sogar das herstellungs der datum m das ist der erste monat 1976 ja so alt ist das gerät 70er jahre hätte ich auch für etwa vermutet ja noch mal hier ein kleiner hinweis man muss vorsichtig sein natürlich wenn solche druckbehälter verrostet aussehen dieser hier ist angerostet nicht durchgerostet das sehr wichtig wenn druckbehälter logischerweise durch rosten darf man da nicht dran gehen nicht anfassen die stehen logischerweise unter hohem druck sollte klar sein und dann besteht im schlimmsten fall besonders bei co2 feuerlöschern wo teilweise 60 bar und mehr druck drauf ist auch akute berstgefahr dann sollte man ihn wirklich nicht mehr bewegen ja nur zu diesem feuerlöschmittel halon 1301 war eines der effektivsten feuerlöschmittel hat auch den vorteil dass beim löschvorgang keine schäden verursacht also dasselbe gilt im prinzip für alle halogen kohlenwasserstoffe dass sie wenige schäden verursachen weil die halt sehr flüchtig sind schnell verdampfen zudem nicht elektrisch leitfähig also ein sehr sehr großer vorteil selber vorteil lieber co2 aber zusätzlich wirken sie auch nicht ersticken in den konzentration die man zum löschen benötigt also durchaus sehr vorteilhaft trotzdem gibt es natürlich nachteile weswegen das ganze heute eigentlich nicht mehr anzutreffen ist denn man hat festgestellt dass diese halogen kohlenwasserstoffe wie auch verschiedene fckw wie wie zum beispiel das kältemittel r12 kältemittel r22 diese fckw hat man ja früher auch in spraydosen teilweise gefüllt und erhalten kühlschränke klimaanlagen als kältemittel wie auch halone dass das ganze im inner umwelt relativ stabil bleibt in der atmosphäre bis das ganze dann in der höheren atmosphäre von der uv strahlung der sonne aufgespalten wird dann entstehen chlormonoxid und bromen radikale und diese zerstören dann katalytisch die ozonschicht ist ein sehr komplexer prozess aber das hat dazu geführt hat dass man das ganze in den 1990er jahren verboten hat die verwendung in neuen geräten und neuen anlagen von ozonen abbauenden substanzen deswegen sind diese feuerlöscher kaum noch anzutreffen man muss sagen der besitz eines solchen gerätes ist erlaubt verkauf und ankauf von solchen geräten ist nicht erlaubt genauso wenig es erlaubt ist diese geräte zu entleeren also diese mittel in die umwelt abzulassen dasselbe gilt auch für kältemittel die ozonen abbauen sind und im prinzip auch für fkw also flurkohlenwasserstoffe welche nicht ozonen abbauen aber sehr klimaschädlich sind ja zu dem halon 1301 muss man sagen dass das eigentlich eine der ozonen abbauen substanzen überhaupt ist ozonen abbaupotenzial hat man da bestimmt hat man bei allen solchen substanzen bestimmt liegt bei 10 das heißt ist zehnmal so ozonen abbauen wie das kältemittel r11 das hat man als referenz genommen das hat den wert von 1 das hier von 10 das heißt ein kilo entspricht 11 entspricht 10 kilo r11 ja und das ist schon heftig zusätzlich ist das halon 1301 auch noch relativ klimaschädlich etwa 7000 mal so stark treibt es den treibhauseffekt war hervor an wie co2 das ganze ist auch relativ extrem und auch deswegen darf das ganze unter keinen umständen in die umwelt freigesetzt werden ja wenn ihr so ein löscher habt als deko vielleicht verwenden wollt als euch hinstellen wird ja ich meine die sehen ja doch schön aus ja dicht halten tun sie meistens die mittel sollte es dann doch durch eine undichtigkeit versehentlich entweichen das ist ja auch nicht verboten wenn es versehentlich aus undichtigkeiten das durchgerosteten gefäß austritt stellt es erstmal keine akute gesundheitsgefahr da es wirkt auch nicht erstickend und krebserregend oder sowas ist auch nicht bekannt bei halonen eben auch noch ein weiterer vorteil weiterer vorteil warum man diese mittel so häufig eingesetzt hat ist halt auch dass es nicht gesundheitsschädlich ist also wenn das ganze als deko verwendet wird es kann gefüllt bleiben ich würde allerdings empfehlen euch empfehlen das ganze entleeren zu lassen dann ist das ganze auch drucklos dann kann man da vielleicht auch rein bohren und und dann habt ihr nicht mehr die gefahr dass es irgendwann austritt ja wie gesagt sämtliches entleeren in die atmosphäre ist verboten gibt auch hohe strafen dafür im übrigen bei diesem gerät ja ein weiterer hinweis dass das ganze von der us-armee stammt kommt stammt ist hier was hier unten drauf steht property of us government ja das bedeutet quasi eigentum der us-regierung und deswegen muss dieses gerät quasi von irgendeiner militärbasis hier in deutschland oder hier in europa denke ich mal dass das von da aus stammt und da dann ausgemustert wurde ja ich würde sagen das war's immer heute mit meinem video über diesen schönen feuerlöscher ich hoffe euch hat es gefallen bis zum nächsten mal tschüss